Ah, ernsthaft jetzt? Hehe, hehe Hm, das ist schön Direkt mal quicksafen So Hm Ah, super geschlagen Oh Ah, jetzt können wir hier durch Ich hab doch die ganze Küche hier, die ist Ist denn zu fassen? Das wäre ja schon schäppig Ja, was ist denn oke, was ist denn das asta? Aber ich glaube, das bringt uns nichts. Weil es hier auch nichts Interessantes zu entdecken gibt. Okay, kommen wir da rein, da. Das ist cool. Tja, dass die sowas auch einfach unbewacht da stehen lassen. Das ist ja schade. Das ist ja schade. Was denn hier dort ist? Da drinnen kann man Knöpfchen drücken. So, hier drüben war eine Tür. Ich weiß gar nicht, was hinter der Tür ist. Wir gehen gucken. Hier scheint es sich zu lohnen, wenn ich vielleicht mal aussteige, wenn ich noch aussteigen könnte. Wo ist denn der Stein? Hüpfer, hallo. Guten Tag. Ah. So was findet man hier also interessant. Ja, das war... Hm. Ein Kiffken? Kein Kaffee? Schade. Wird ja sein können. Was lag da? Achso, die Waffe darf ich ja nicht, oder? Nein, nein. So, weiter geht's. Ja, da da da. Aha. So. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich könnte... Ist auch egal. Ladenbildschirm, ja. Laden. Das war's für heute. Komm, und komm, komm nach oben. Komm jetzt. Ja, da können wir nicht weitergehen. Nee, sag nicht, das ist hier schon wieder zu Ende mit diesem Anzug. Hab mich grad so an den gewöhnt. So, dann geh ich erstmal wieder zurück. Da gab's ja noch ein paar andere Wege. Und lang kann, glaube ich... Ach, ich darf bleiben jetzt hier. Ich steig aus. Parke den einfach unten in der Gegend. So. Wachen verstecken werde ich jetzt mal nicht. Man sollte, denke ich mal, eh wissen, dass wir hier unterwegs sind. Von daher, ja auch. So. Wenn ich jetzt wenigstens auch wieder so eine normale Waffe kriegen könnte, das wär schön. Ich find ja den Anzug relativ witzig, aber ich glaub, das ist zu Ende. Und diese kleine Mini-Knarre, die wir da haben... Die ist ja ganz lustig. Power-Switch. Generator. Ich habe hier ein totes Körper. Das ist ja ganz lustig. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Tadam. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Hallo. Geh rein. Nein. Nein. Nicht wieder raus. Geh rein. Jetzt kommen wir hier weit. Da steht eine Wache. Ich sehe sie. Ähm. Ich stehe doch halt schneller, Mann. So, was denn? Soul Rifle, da haben wir noch mal sowas. Ja, nimm's auf, danke. Ähm. Hä? Was, 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 was? Scheißlampe. So, hier ist gerade gar nichts, sehr schön. Ich möchte da rein. So, was? Och, nö. Hier gibt's ja mal voll nichts, genau. So, hier ist auch noch eine Tür. Ich würde, glaube ich, zur gleichen Sache, aber wir gehen noch mal runter. Gut, ich habe einen Gefangenen gerettet. Okay, dann Tür durch. Dann Tür durch. Und natürlich immer alles an Glas. Nein. Darf ich noch mal? Ja, genau. Oh, weg, 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 weg. Der ist natürlich nicht nur da, der ist natürlich nicht nur da, der ist nicht nur da. So. Alarm, danke. Das ist jetzt hier in der Gegend, die sich noch nicht so abhaben. Flamingos? Was sind Flamingos? Da ist offen, da ist zu. Ja, dann gehen wir wohl dahin, wo offen ist. Ich find das viel cooler, wenn ich so ne Waffe hätte. Ich brauch gar nicht diesen großen Anzug. Große Anzüge werden voll überbewertet. Das sind Flamingos! Das ist ein Schuss. 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 Okay, dann gehen wir los. Meine Fresse. So, anscheinend komme ich jetzt ja auch wieder nicht weiter. Komme ich hier durch? Gut machen. Ja, anscheinend nicht. Ähm, dann heißt das wohl aussteigen und wieder da oben rumkrabbeln. So, Betäubungsknarrer. Sorgen wir erstmal... Ja, indem wir daneben schießen, sorgen wir natürlich für... Gar... Voll dummein. So, wo haben wir denn hier noch Lampen? Da, mal große. Die kriege ich ja eh nicht ausgeballert. Naja, das ist ein bisschen angenehm. Dann... Hopp, hopp. Und da hoch. Und dann wollen wir da drauf und da drauf und da durch. Zu, zu. Dann wollen wir da oben dran. Ja, das ist... Ja, das ist... Ich werde natürlich wieder Aufgaben, da wäre keiner drauf... Ich habe einen runter! Hä? Ich weiß nicht, wer was gesagt hat, aber bitte. Hast recht. Ich werde dich nicht angreifen, aber ich wollte dich wenigstens nochmal erschießen. Also, Betäuben. Weil das so lustig ist. Workpass. Workpass. In die Richtung, wer hätte das gelangen? Da gerade ein Safe-Dingel war, machen wir das auch nochmal. Und noch einen kleinen Fraps-Beruhigungskut. Wir machen die Schulfers-Ber covers. Und zwar auf diesem Schulfers-Beruhigungskutium... Wir machen das Wasser.